Schuh, schuh, schuh Leute! Herzlich Willkommen zum FragTrices und wie der Titel schon sagt, werde ich heute ein paar Fragen von euch beantworten. Eine Frage kommt von dem guten FreeDog und er fragt, was sagen deine Eltern dazu, dass du YouTube machst? Was haltet ihr von... Es beginnt, man könnte meinen, es wäre Glück, ich spielte Minecraft und hab einfach mal die Aufnahme... Meine Eltern hat eigentlich recht wenig davon, mein Vater sagt zu mir immer, das ist voll Zeitverschwendung. Aber es ist mein Hobby und mein Ding. Die nächste Frage kommt von der guten Uwe Kissel und sie fragt, was hältst du von Pudding? Pudding! Auf jeden Fall mag ich mega gern Pudding. Die nächste Frage ist von der Marie-KM und sie fragt, wer ist dein Vorbild und wieso? Da war doch so ein Vollposten, wie hieß der nochmal gleich? Spaß beiseite! Und zwar mein Vorbild ist Razed und zwar weil ich seine Art einfach feiere, wie er Videos macht, er hat die Ruhe weg, er ist ein total ehrlicher Mensch und ich feiere seine Art einfach. Und natürlich, weil er Bandanas trägt. Die nächste Frage ist vom Herrn Krapfen und er fragt, meckert dich dein Bruder oft an, dass du das ganze Internet siehst? So Freezy, bist du bereit? Stream startet in 3, 2, 1... Alter, was machst du da, du schon wieder ein Slap? Die nächste Frage ist von Tim und er fragt, hast du irgendwann mal vor, Merch herauszubringen? Hm, vielleicht. Natürlich original bayerisch. Zu der Frage, natürlich habe ich irgendwann mal vor, Merch herauszubringen und zwar T-Shirts sind schon zur Zeit in Arbeit. Unter dem anderen habe ich hier schon einen Artikel und zwar ist das eine TryCappy und zwar ist die einzigartig. Die gibt es bis jetzt nur einmal. Die hatte ich eigentlich letztes Mal vor im 24 Stunden Stream zu verlosen, habe es aber vergessen. Vielleicht verlose ich die noch ein anderes Mal, wer sie will. Mal schauen. Lasst euch einfach ein Design überraschen, die werde ich euch vielleicht die nächste Zeit zeigen. Oder der ein oder andere hat es vielleicht schon auf Instagram gesehen. Die nächste Frage ist von dem Swiper1998 und er fragt, was hält dein Bruder von dir auf YouTube? Johannes, was hältst du eigentlich davon, dass ich YouTube mache? Nächst du mit Scheiße! So Leute, das war der FragTrisis. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Wenn ihr noch keine Frage gestellt habt, könnt ihr die unter Hashtag FragTrisis stellen. Auf Twitter, Instagram, etc, etc, wie ihr wollt. Und bitte seid mir nicht böse, wenn euer Frag dieses Mal nicht drangenommen wurde. Ich werde sie auf jeden Fall noch beantworten. Und ansonsten hoffe ich, der FragTrisis hat euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Rinn geschirrt. Ciao Leute!